Liebe Community, wir haben ein sehr spannendes und aufregendes Jahr hinter uns gebracht in 2022 und vielen Dank dafür, dass ihr uns die Treue gehalten habt bis hierher. Aber ich kann euch versprechen, 2023, da setzen wir mit Electric Brands noch einen drauf, das wird das Electric Brands Jahr in 2023. Von hier aus wünschen wir als Electric Brands Familie euch eine schöne Weihnachtszeit, bleibt gesund und kommt gut ins nächste Jahr. Frohe Weihnachten!